Jetzt ist der Moment für die Sportpsychologie gekommen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Profis aus dem Netzwerk Die Sportpsychologen habe ich ein Programm entwickelt, mit dem Sie sich auf Ihren großen Wettkampf des Jahres vorbereiten können. Sie bekommen das Wissen, was Sie brauchen, um abliefern zu können, wenn es darauf ankommt. Aus zentralen Arbeitsfeldern der Sportpsychologie haben wir das Wissen komprimiert und in die Praxis übersetzt. Was Sie brauchen, ist nicht mehr als ein Smartphone, ein Tablet oder ein Rechner und den Anspruch, abliefern zu wollen, wenn es darauf ankommt. Untertitelung des ZDF, 2020